jetzt haben wir hier fast alles abgesucht prinzip macht das bisschen mehr oder weniger jetzt auch keinen großen unterschied wir schauen mal aber auch dass wir werden hier nicht mehr angesprungen ich muss den acht noch bringen die gehören zusammen wir schauen einfach mal so es gibt viele spiele die zusammengehören aber das heißt ja nicht dass wir unbedingt alle spielen müssen insofern wir schauen einfach mal ich will es nicht ausschließen aber erst mal der licht wird noch kopf mit käppi sein also hier auf jeden fall nicht dass ich wahrscheinlich auch hier ist auch kein kopf mit käppi ok ich glaube er ist in einem bereich wo wir einfach noch nicht hinkommen ich glaube das ist es mittlerweile bin ich mir da irgendwie relativ safe weil wir jetzt das ganze haus abgesucht haben hier haben wir keinen kopf mit käppi ja naja aber eins haben wir am ende des tages doch gewonnen gewissheit gewissheit dass wir nichts gefunden haben das ist doch auch schön das ist ein scheiß keller ich hasse den keller so ok ja ist die frage ja komm wir behalten selber im inventar wir haben jetzt so viel inventarplatz da passt das schon so wir speichern einmal wahrscheinlich gehen wir jetzt ins kinderzimmer und da ist sofort kopf mit käppi bewege mich schon wieder ein bisschen viel zu sicher durch das haus hier ist auch kein kopf mit käppi hier haben wir uns gar nicht so wirklich umgesehen nein ja ich weiß aber sogar dass die omi einfach unterm haus stand ok kinderzimmer hier scheint erstmal kein gegner da zu sein es ist kaputt das ist natürlich sehr sad warum hat das kind löffel gabel messer etc april oliver hat zu schreien aufgehört aber manchmal höre ich von oben ein klopfen mei er stinkt total und so ein seltsamer safttropf von der decke mhm wie auch immer weil ich zeit hatte habe ich die fernbedienungstrophäe 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 noch einmal verändert jetzt leuchtet sie sogar nachts fernbedienungstrophäe ok das ist das ist ein hinweis darauf dass wir ins wohnzimmer sollen deswegen waren da auch äh gegner fernbedienungstrophäe fernbedienungstrophäe dietrich der letzte dietrich der uns noch fehlt um die letzte schublade zu öffnen außer die im gästehaus die haben wir auch noch aber da kommen wir nicht hin oh geil warum hat das kind pillen ich will es gar nicht wissen ein fußball warum können wir mit dem fußball interagieren hat der irgendwas wuuu uuuu ok brennerkraftstoffe im nachttisch ach und das ist diese fernbedienungstrophäe glaube ich dritter platz zweiter junioren erfinder wettbewerb warum können wir mit den ganzen sachen interagieren hier sind mehrere zweiter platz dritter junioren erfinder wettbewerb Sonderpreis Amateur Roboter Meisterschaft 1998 Was für ein Kind sind die hier eigentlich Ist das vielleicht ein Lukas Doch das könnte Lukas Zimmer sein Wenn ich mir angucke was der sich da hinten gebaut hat Mit den Chipkarten und so Erfinderwettbewerb das könnte Lukas Zimmer sein Echt nächstes Jahr kommt der neue Teil Ist so auch an mir vorbeigegangen Nice nice So was haben wir noch hier April Bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen Die haben mit einer komischen Maschine Ein Foto von meinem Kopf gemacht Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft Mit 259 Teilen Ich glaube Der Lukas ist Autist Autistisch oder Wahrscheinlich Asperger Könnte ich mir vorstellen Weil das würde mir Er würde erklären warum er aufschreibt Das hat 259 Teile So April Dover Oliver ärgert mich immer Du bist krank im Kopf April Ich habe Oliver angelogen Habe ihm gesagt er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen Dann habe ich ihn von außen Auf dem Dachboden eingesperrt Mit einer Mit meiner Fernbedienung Er hat geheult Lass mich raus Lukas Okay jetzt wissen wir aber spätestens Als Lukas ist Nochmal April Ich habe die Fernbedienung verändert Damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kam Habe sie mit einer meiner Trophäen Vom Erfinderwettbewerb vereint Jetzt wird sie sie nie finden Alles klar Der Trophäe von meinem Erfinderwettbewerb Jetzt hier irgendwo Ich werde trotzdem nichts machen Ach weißt du mal Das ist auch eine Trophäe Ach das sind alles Trophäen Der hat sich aus den Trophäen einfach Lampen gebaut Clever Okay die jetzt nicht Ich habe einfach zu viele Trophäen Ich mache mal ein paar Lampen draus Besteck Ist die Frage Ganz kurz Kopf mit Käppi Ist nicht hier Ich höre auf jeden Fall Einen Wackelkopf Wichtig erstmal keine Gegner Ich glaube ich komme mit dem Messer nicht hin oder Da müssen wir was so machen Renovierungsvertrag Kunde Jack Baker Auftragnehmer Trevor und Chamberlain Construction Renovierungszeitraum 10. November 1992 bis 30. November 1992 Umfang Installation von Schatten Aktivierter Tür in Eingangshalle Spielzeug Axt Lindenattrappe Okay warum kann ich die mitnehmen Also ich werde es bestimmt herausfinden So Achso hier können wir noch aufmachen Happy Birthday Eine weitere Videokassette Schauen wir uns selbstverständlich auch noch an Starke flüssige Chemikalie Und hier dürfen wir schon wieder Schattenspielchen spielen Urteil das Gemäld zeigt eine Frau die vor einer Menge kniet Alles klar Alles klar Ich so Okay Da geht das Püppenhaus auf Sehr schön Und wir kriegen Zugangskarte Blau Nicht angegriffen Sehr gut Warten bin so schwer Äh auch hier kein Kopf mit Käppi Ne Schade Mann Ich will Kopf mit Käppi finden Lamentar ist voll Ich wette dieses Krokodil ist genauso zerfetzt wie das andere Also auch an denselben Stellen Wir werden nicht angegriffen Okay Nice Gut Ich gehe mal kurz in den Speicherraum Ach warte ich gehe nach draußen in den Speicherraum Wir haben noch das Video bekommen Dann schauen wir uns das direkt mal an Und kann ich die blaue Zugangskarte schon reinstecken Und wir haben noch den einen Dietrich Stimmt Den müssen wir auch noch aktivieren Geht Alles klar Dann habe ich nämlich auch schon mal aus dem Inventar raus So Pass auf Ähm Ich habe keine Ahnung Wofür ich die Schrotflinte und das Beil hier brauche Äh Das waren Pillen Die brauchen wir auch erstmal nicht Dietrich nehmen wir noch mit Das Schatzfoto behalten wir noch im Inventar Die drei Kräuter kommen aber weg Und hier die Granaten brauchen wir auch gerade nicht So Warte Warte Mein Tag Sicher ist sicher Okay So und dann einmal Video gucken Happy Birthday Happy Birthday Experiment Can Äh Expressing Idiots Solve Puzzles Was für ein Geburtstag Was für dich? Oh mein Freund Du bist ein Verdammter Glückspilz Weißt du Ich beleide nicht Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude Kann man nicht vortäuschen Es hat Wochen gedauert Das hört sich Und jetzt ist es endlich soweit Alles nur für dich Oh komm schon Mann Sei doch nicht so Das wird ein Spaß Du wirst schon sehen Okay Wir spielen Ich weiß Sind wir jetzt Oliver vielleicht? Oh Gott Was zur Hölle? Kerze Holy shit Ich weiß nicht ob wir Oliver sind Oder ob wir irgendwer anders sind Ah Wir sollen also jetzt das Puzzle lösen Ah Ha Ha Toilette Ich weiß noch nicht Ich meine ich kann mich jetzt nicht verteidigen Logischerweise Ich hoffe nicht dass wir jetzt hier irgendwie angegriffen werden Und dass das hier wirklich nur reines Rätselspielchen ist Ja da halte ich die Kerze besser mal nicht dran Geht das? Geht nicht Ah Okay Da ist noch ne Tür Was man bei Ich nenne das Spiel Ich will wirklich gerne lebendig auf den Raum kommen Und keinen gräflichen schmerzvollen Tod sterben Ich weiß Ich geh nur provisorisch Nimm eine Kerze Zünde sie an Und stecke sie in die Tod Und denk dran zu lächeln Diese Party ist für dich Leck mich Okay Hier müssen wir was machen Ja hier müssen wir die brennende Kerze Lukas hat gesagt ich soll eine brennende Kerze in die Torte stecken Okay Wir dürfen Rätsel Ah ich liebe sowas Okay Aufziehschlüssel Den haben wir jetzt erstmal bekommen Es lässt sich nicht stopfen Ja Die werden wir quasi immer Würde nichts nützen Achso Ja Jetzt ist unsere Kerze ausgegangen Ach hier können wir die doch bestimmt wieder anmachen oder Yes Da können wir unsere Kerze wieder anmachen Oh mit ihm hier können wir noch was machen Passt nicht Ach der braucht noch einen Finger Alles klar Gab es nicht in der Demo mal irgendwie was Verschmutztes Fernrohr Guck doch mal durch Fernrohr im Inventar benutzen Hm Ja Geil Super Könnte ich hier vielleicht das Aufziehding rein Das ist jetzt überhaupt nicht weniger gruselig Auch wenn ich Clowns ja eigentlich mag Aber der ist doch irgendwie ein bisschen Creepy So Ein wunderschönen guten Tag liebe Nami Grüß dich Ja Da greift man einmal ins Klo Und da fühlt sich die Nami Dass sie was dazu beitragen muss Finde ich super Ich sollte öfter mal ins Spiel ins Klo greifen Und es ist wichtig dass ich das mit den Spielen dazu füge Sonst wird mir das hier irgendwie Wieder falsch ausgelegt Okay wir haben hier Ein wunderschönes Bild Da oben links ist der Clown Links ist Omili Na ja Kann ich das vielleicht durchbrennen Juhu Wunderbar Ballon Achso Haben wir jetzt einen bestimmten Super Special Ballon rausgeholt Okay brauchen wir wieder eine Kombination Und das Passwort wird es kaum gehen Das ist eine Beleidigung Du wachst mich einfach Ich sag ja so direkt Ach Quatsch Nein Ich find das schön Ich bin einfach gerührt Dass ich dich damit aus dem Lurk geholt habe Ich mag das Ich find das toll Ich freue mich Wenn gleich es natürlich nicht schlimm ist Auch im Lurk zu sein Um Gottes Willen So Den pusten wir mal auf Au What Da waren Nägel drin Was zur Hölle Ja Wir haben eine Feder bekommen Ein Federhalter Das ist ja Ganz ehrlich Wo er sich so aufgebläht hat Und da schon diese Spikes rauskamen Ich wäre in Deckung gegangen Okay wir haben einen Federhalter bekommen Können wir den vielleicht als Finger benutzen Er kann ihn nicht richtig halten Aha okay Oder das hier Warte mal Okay passt nicht Ja gut Hätte sein können Dass er das Fernrohr auch als Ähm Als Finger benutzt Mit dem Fernrohr müssen wir doch 100 pro So ein Code erkennen Oder Hier Wollen wir das hier vielleicht Ich erkenne da überhaupt nichts durch Ich glaube da müssen wir einfach rein Das Rad drehen Okay Wir haben ein Fernrohr Wir haben einen Federhalter Ich gehe nochmal hier durch Dann geht zwar das Kerze wieder aus Ähm Fernrohr und Federhalter Es lässt sich nicht stopfen Da brauchen wir die brennende Kerze Hier brauchen wir eine Kombination Ähm Ganz kurz Ich bin ein bisschen beschissen Mit dem Samstag krank geschehen Deswegen war ich so inaktiv Ach du Alles gut Brauchst dich ja nicht verrechtfertigen Ich wünsche dir auf jeden Fall Eine gute Besserung Und ja hier ist soweit Alles prima Ähm Und es freut mich Dass du auch auf dem Weg Der Besserung bist Was ich da machen Gut Ähm Wir müssen doch 100 pro Den Code irgendwo herbekommen Kann ich hier mal alle Ballons platzen lassen Da was mache ich mit der Kerze Weiß ich ob das was bringt Da ist noch einer Machen wir ja fast Ballonpop Warte 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 Den Kompatisch traut Neu Welche Ja An den letzten kommen wir leider nicht dran Oh Da ist noch einer Ich weiß nicht ob es ein Achievement dafür gibt Wenn man alle Ballons platzen lässt An den letzten kommen wir leider nicht dran Ich wollte nochmal gucken Ob da vielleicht auch nochmal irgendwo was Drinnen ist Ja Man soll sich halt immer schon Das ist schon wichtig Ähm Kann ich das vielleicht mit irgendwas kombinieren Nö Gut gut Verschmutztes Fernrohr Ihn brauchen wir den Finger Dann kann er den Ah warte hier ist auch noch was Es kommt kein Wasser raus Das ist auch sonst nichts Was sehe ich vielleicht noch gerade irgendwas Wollte ich morgen erst einsetzen Ja aber wenn du noch krankgeschrieben bist Was macht er denn dann Okay das haben wir benutzt Das ist fertig Hier müssen wir doch 100% auch noch irgendwas machen oder Müssen wir hier vielleicht mit dem Fernrohr was machen Oder warte mal Muss ich das Fernrohr vielleicht erst sauber machen Hier an dem Waschbecken Könnte halt auch sein Bei dem Dingern kann ich nicht mal Warum kann ich das nicht hier sauber machen Fast nicht Okay Haa Kann man nicht stopfen brauchen wir die brennende kerze für nichts machen natürlich ist ja blöd für die ne irgendwie habe ich das gefühl müssen ja irgendwas machen und irgendwas muss ich doch bestimmt mit dem fernrohr machen kommt schon scheint mit einem polarisationsfilter aussieht zu sein durch den schmutz kann man kaum durchsehen aber ja okay wir müssen dass unser pro erst sauber machen gut ach so kehrt es wieder aus zugegeben ich weiß gerade nicht wo ich gucken soll dass der ballon platzt man auch nichts machen das passwort wird es kaum gehen irgendwas über sich ich weiß was rechtlich aber ich will nicht helfen ne ist ja alles gut ich versuche es erstmal alleine ne ich weiß ich ja wenn ich fragen kann wenn ich mal wirklich irgendwo hilfe brauche auch sonst nichts also zumindest ist ausschließen dass wir irgendwo was übersehen haben ich glaube wir müssen mit den zahnrädern weitermachen ansonsten haben wir ja auch nichts der wird wahrscheinlich irgendwas schreiben aber er kann inhalt nicht halten deswegen brauchen wir erst einen finger dann können wir ihn auch den federhalter geben dann kann er was aufschreiben also ich glaube wir brauchen dieses eine puzzle teil gerade und wenn wir das haben dann läuft der rest von selbst ja komm ich bin wieder aus was haben wir denn hier überhaupt warte mal blumen irgendeine frau die was hochhebt das könnten vogel sein eine spritze eine lampe den sensenmann einen alten apfel ein fötus ein skorpion eine kräer auf dem grabstein und dann wäre die blume ok was denn hier ja nein da sehe ich doch so wenig also damit können wir das ding ausmachen da brauchen wir aber ein werkzeug führen vermutlich das ding da diese kurbel für die kurbel brauchen wir das passwort wo wir das passwort her bekommen wissen wir noch nicht vielleicht aus dem anderen schließkasten für das wir die drei ähm diese drei symbole brauchen und ich wette das hat irgendwas damit zu tun weil ich wüsste nicht was der fernseher sonst hier für eine bewandtnis hat oder die fernseher ähm ist hier vielleicht irgendwas abgebildet wo man sagen kann jo das könnte was sein ich kann die aber auch so schlecht erkennen ähm da ist halt ein kuchen äh leute die um so einen tisch sitzen ein hund der sieht ein bisschen aus wie leonardo dicaprio von Untertitelung des ZDF, 2020